Musik Montag, der 18. August, 6 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Das Wetter nach örtlichem Frühnebel scheint mit Hochgerd rasch die Sonne. Ansonsten erwartet uns bis ins nächste Wochenende Hochsommerwetter. Raus aus den Federn! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018